moin moin mein name ist schansen und ihr seid auf meinem kanal weil ihr unbedingt super mario party sehen wollt und zwar in fahrt der prüfung im expertenmodus wir sind gerade dabei und gehen weiter in den geisterwald die anderen drei haben wir schon erledigt das heißt wir haben noch drei vor uns drei orte der geisterwald startet jetzt so dass ich das hasse ich das spiel ohne turbo fällt zu verwenden ok schlecht und kann lange dauern und dafür gefälligte wieso dürfen die anderen das benutzen das ist doch scheiße wie soll es schaffen wie soll man ein tofeld also na gut versuchen dann müssen wir die ja so ein bisschen aus dem vor lassen los und die drei les und ankommen oh nein ach man das ist doch das ist doch wirklich unmöglich das ding das erste spiel das gleich so hart ist also ganz im ernst da muss man die alle das gibt es doch gar nicht aber machen ob kein sinn 321 los es wie soll das denn möglich sein das ist doch unmöglich die benutzen doch alle ihre turbofelder dann müsste es doch für alle gelten eigentlich ich versuche noch einmal und dann überhüpfen wir das spiel über das wird ein einzelner hast du ganz am schluss versuch zu lösen das ist glaube ich echt so geduldsding da musst du musst du auch gut bei sein 221 los ach man ach man versuchen wir gleich nochmal versucht die ja irgendwie aufzuhalten aber es geht ja gar nicht 221 los da wir schaffen es schaffen es schaffen es schaffen es oder alter schwede ok ok war frustrierend spiel kann das sein glaube ich alle fragen richtig antworten das wird schwierig glaube ich aber sonst mal sie genau hin ok eine kugel und was hat der zweite tot getragen hätte ich auch ein ananas gehabt ich glaube schon ja super abfall gesehen deswegen das ist ein rates spiel vorher habe ich gesehen ohne ich gehe auch hier auf die das sagen ich weiß nicht mehr 12 ok jetzt genau passen sie genau hin das war 15 da war ein paar von den anderen dazwischen ich kann nicht raus schützen also guck mal versucht die raus zu schützen das geht nicht ok 1 2 3 5 5 5 yes oh spiel geschafft würde ich sagen ende sehr gut warte jetzt die punkte zu erreichen mit den körpern der frucht das aber ich machbar tempo ist ja ich bin also is ist ja k nein jetzt nicht so schwer jetzt von der bombe getroffen und trotzdem nach noch ein anderer modus kommt wahrscheinlich ich habe keine ahnung was war vielleicht keine ahnung gar nicht erst ein bisschen dauern das spiel ist beim letzten mal schon so lange dauert bei mir ist auch übertrieben schnell das letzte mit dem iphone aufnehmen zeitlos modus weil es das von der zeit der schaffte sogar nicht das war wieder der ich weiß es nicht so schnell zum schluss ich glaube es ist der von vario gewesen das ist so ein scheiß spiel ich krieg zum schluss krieg es nicht mehr mit wieder auf den ich glaube ganz außen ist er ich glaube ganz außen ist er es wäre gerade gewesen dass jetzt der richtige gewesen wäre wo ich vorhin ja auch so richtig war wir müssen weiter weggesetzt geholfen schwierig wäre es hier wie sie sagen gewinne zweimal hintereinander also ich meine ganz ehrlich das wäre eine ok ich bin mir rüber geflogen so entscheidend Lynão weiter hat mich echt erwischt der wichser aber nicht sagen das nintendo spiel blöde blöde tante leg dich nicht mit mir an es es und es Bis zum nächsten Mal. Ich glaube, wir alle fast haben. 50 ist schon, das ist schon eine Ansage. Eigentlich, wenn man Rhythmus geführt wird, habe ich doch eigentlich. Ich glaube, wir haben Rhythmus geführt. Ich glaube, wir haben Rhythmus geführt. Mal einmal raus. Versuchen wir nochmal. Ich habe früher immer Bonanza geguckt, wüsste ich es können. Ich glaube, wir haben Rhythmus geführt. Und was sage ich? Das war's. So, hier geht's. So, hier geht's uns Münzen sammeln. Oh ja, das macht auch Spaß. So ein Gelaufe da. Start! Oh nein! Da habe ich einmal getroffen. Scheiße. Das war's beim letzten Mal auch nicht. Und Münzen, mehrere Münzen kriegt man auch Mut, wenn man ein bisschen hin und zurück geht. Das ist ein Gelaufeind. 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 Start! Oh Mann! Ich habe gar nicht gedacht, dass das da sitzt. Oh Mann! Da habe ich gar nicht dran gedacht. Na ja. Los! Start! Oh! Hätten wir zurückrennen sollen, also noch mehr Münzen. Na gut. Puh, eine Münze. Schande, müsste da stehen. Eigentlich Schande, nicht schade. Andere Münze. Schande übereinander. So. Jetzt aber. Start! Ah! Scheiße. Ich dachte, ich kann auch da nichts aufmachen. Überall nicht. Da tauchen wir hinten, die Münze aufgefühlt. Hände! Ja, schön runtergefallen. Okay. Da müssen wir viele Münzen sammeln da. Also ein paar verlieren die auch. Also, beziehungsweise ein paar tauchen ja später wieder auf. Start! Und ein paar mehr Münzen noch? Ja! Also viel, wie ich brauchte. Haha! Perfekt! Oh! Geschafft, würde ich sagen. Wunderbar. Okay. In einer bestimmten Zeit wahrscheinlich. Ähm. 30 Sekunden. Ah! 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 Yeah! Gott! Ja, ich hol. Los. Lauf, 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 lauf! So. Das ist gesin Bueno. der stolperdraht besucht ihr wollt und schaut mal nach ob ihr da vielleicht lust habt mein kommentar dazu lassen da würde ich auch über weitere sachen schreiben die hier so passieren und wenn ihr mich mögt sind so das was ich machen mögt dann lasst gerne ein däumchen da oder ein abo sogar ja nicht schlecht einmal die glocke treffen der schütze das wird schwierig aber dann alle drei schüsse hatten doch alle drei schüsse nicht so schwer gewinnen ohne getroffen zu werden okay darum habe ich rechnet ich dachte ich müsste nur gewinnen aber oder eh nicht getroffen so wunderbar wenn ich ein spielchen mit total banane das mit podest zu kommen ich wirklich schnell sein und ja links ach ich darf gar nicht in den bananen schalter drehen okay gut das ist natürlich dann wirklich nicht leicht er kann man sich auch durchlaufen offen das mag die musik im hintergrund ihrem geist oben längst ach ich schaff das diesmal jetzt schaffen wir es laubern und dafür glaubt auch nicht das kommt es ist doch nicht wahr und da so leicht kann man dagegen laufen also wenn ich jetzt nicht schafft dann würde ich glaube ich mal überspringen noch einmal probieren wir es einmal das letzte mal und dann ist schluss dann überspringe ich das scheißspiel und werde es am ende nochmal versuchen ach einmal also okay das war ein versehen von mir alles war nicht so okay ja 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 auch Mann wenn ich normal ich war so dicht dran schon einmal so man und die steuerung hat gerne steuern liegt leider in dem bediener das bin ich Gibt es uns gerne an die Steuerung abgegeben, aber... Sorry. Oh, okay. Was ich übernannt, Fresse. Jetzt noch mal. Freut sich Daisy, ne? Dem hier tut. Kann nichts außer im Schloss rumstehen. Jetzt schafft sie noch hier so... Ja! Endlich. So. Ja, vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. So, hier machen wir schon das nächste Break. Und würde sagen, beim nächsten Mal machen wir hier weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis dahin. Tschüss. Und schaut doch mal hier vorbei. Auf Twitter. Dankeschön. Tschüss. 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 Tschüss.